um guten tag auch aber morgen entscheide ich mal die maps was? morgen entscheide ich mal die maps da gibt es nicht viel zu entscheiden die ist assi möchte mal so eine normale haben weißt du wie soll ich sagen so eine zum beispiel ja die ist cool wieder jede menge items ok let's go and have some fun ja wir spielen weiter ja und the brain ja ja da sind ja wieder einige Würmer perfekt platziert ne perfekt perfekt ok wer fängt an natürlich natürlich ist doch ganz fair fang du mit an immer wenn dieser Wurm so grinst mit seinem Oberlippenbart denke ich mir wie toll und schön wäre unsere Welt geworden wenn Adolf Hitler einfach als Regenwurm zur Welt gekommen wäre was war das jetzt? keine Ahnung du solltest dich nach unten graben hat er aber nicht gemacht ja du solltest dich auch irgendwann mal vergraben weißt du ich kann mich nicht leiden du bist ein Arschloch Dankeschön Scheiße das hätte klappen müssen das war genau geplant Dirty Deals Junge Dirty Deals ok spring doch darüber zu deinem Drachenlord du liebst ihn doch so haha Idiot der öffnet sich automatisch oh Osama im Laden ok oh sehr günstig die Position hier wirklich mhm richtig haha pass auf jetzt klappt es aber was machst du jetzt nicht mit Absicht oh was so schlecht zielen nö hab ich nicht mit Absicht gemacht das war so weil ich kann's nicht besser ich weiß nicht ich bin anscheinend wieder zu blöd aber so ist das ich hab ja nicht nur Tourette ach du bist so ein Arschwixer komm treib es doch da hinten mal mit dem komischen Krabbenfliege guck das winkt schon das will schon dass du da hinkommst also mein Drecksarsch bist du ich verabscheue dich 10 Coins wie bitte ja oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott oh du hast es geschafft natürlich er hat's gelernt ach klar ich tue manchmal ein Gamer ist lernfähig sicher sicher ist er das okay was ist mir jetzt vor ja einfach nur ein bisschen Scheiße bauen was soll ich denn da machen aus dieser Position heraus kann ich nichts tun ist das Sippo Feuerzeug da ja ich weiß schon was damit passiert wenn du deine Handgranate draufschmeißt was ist das Arschloch du willst das echt sehr schnell beenden hier oder maybe was heißt das ich hab aber keinen Baseballschläger mehr danke bitte das waren jetzt zwei One-Hit-Kills nacheinander ja mhm richtig hey er hat gelernt wie man nein er hat's nicht gelernt was nein er benutzt Teleport Bist du behindert? Nein Die Geräusche des Wormes sind so krass. Erstmal hast du was dagegen, dass da oben Minen sind. Weißt du, wenn du mich nicht gewinnen lässt, werde ich all meine Videos vor deinen hochladen. Du bist ein Wichser. Mach doch. Ich meine, man sieht ja, was du es bringt. Was? Du kriegst ja eh mehr Zuschauer, weil du irgendwelche Bots laufen lässt, damit du Klicks kriegst oder so. Ich hab keine Ahnung. Ich lasse keine Bots laufen. Sicher, du cheatest doch bei allem und jedem. Krack. Auch dabei. Nein, das war gar nicht so schlecht. Das war gar nicht so übel. Tu das. Tu das. Sehr gut. Das ist das Feuerzeug. Das explodiert. Du musst gleich in Flammen aufgehen. Wir haben viel zu viel Zeit für die Runde. Nö. Natürlich. Nein. Natürlich. Nö. Diskutier nicht mit mir. Haben wir nicht. Wenn du dich jetzt noch einen Schritt weiter bewegst, ne? Bis am Arsch. Ja. Hat's wehgetan? Nö. Ich hätte gedacht, das Feuerzeug explodiert mit dir. Naja. War wohl nicht. Ich bin so doof. Weißt du, was cool ist? Ja. Das ist cool. Voll vor das Regenbogen scharf springen. Immer und immer wieder, ne? Oh. Nein. Schon wieder ein One-Hit-Kill. Ich hab's drauf, deinen Würmer mit einem Schlag zu töten, ne? Nein, ich hab mich verdrückt. Warum drücke ich mir das Bates zum Springen? Das ist so dumm, ey. Mann. Du was. Mach etwas. Jawoll. Idiot. Fuck you, scheiß Wind. Weißt du was? Ja, bitte. Ich überlege gerade, wie ich dich am besten vernichte. Kannst du 10 Coins einsetzen? Wie kann ich hier Sachen kaufen? Keine Ahnung. Mhm, ich geh in den Shop. Das ist ja geil, hier gibt's einen Shop. Ach, hast du das auch schon bemerkt? Ja, jetzt. Ich weiß nur nicht, was ich mir kaufen soll hier. Weißt du was? Ich kaufe mir gar nichts. Schiff. Brauch nichts. Krieg dich auch so kaputt. Ey. Du bist echt gut da drin. Geht doch. Scheiß Regenbogen scharf. Blöder Hit. Biss Hater, du. Das ist fies. So, auf welchen willst du dich konzentrieren? Tja. Eigentlich auf beide. Wen hast du denn mehr? Den Drachenlord oder das Regenbogenschaf? Hm. Den Drachenlord könntest du mit einem Baseballschläger einfach ganz schnell... Hm. Das stimmt. Wie kann man nochmal diesen Sprung machen? War nur Spaß. Viel Spaß dabei. Wir sind alle drei zusammen. So ein Scheiß. Fuck. Weißt du was ich glaube? Du bist zu leise gerade. Weißt du was ich glaube? Nein. Ach, scheiße. Ich spiel ja den da oben. Was soll das denn jetzt? Ich spielte Bob der Baumeister. Du bist behindert. Was bin ich? Behindert. Warum? Ich hab keinen Schaden bekommen. Trotzdem, nur so. Musst dich doch beleidigen. Ach, halt die Fresse, du kleiner Arschficker. Du lässt dich vom Drachenlord in den Arsch ficken. Nee, ich bin oben gerade, ja? Okay. Das wäre natürlich jetzt eine Idee, wenn ich das mache. Also an deiner Stelle würde ich den Drachenlord jetzt ganz schnell töten. Ist nicht dein Ernst. Warum? Das passt nicht. Ach, komm. Meine Güte. Was hängst du auf mir drauf? In meinem Gesicht mit deinem scheiß Schwanz. Au, mein Ohr. Danke. Ich glaube, ich habe damit das nächste Match gewonnen. Ja, ja. Herr Tourette Gamer. Ach, komm, ey. Medal, Leute! 3 zu 1, ey. Ich fass es nicht. Ich fass es nicht. Ja, das ist ja genauso abgelaufen wie das letzte Spiel, ne? Ach, komm. Enter zwei Gegner eliminiert. Drachenlord hat 74 Schaden angerichtet. Drachenlord hat 166 Schaden erlitten. Drachenlord hat in Einzug 74 Schaden angerichtet. Ach, egal. Ach, es ist doch mal das Gleiche. Ihr könnt mich alle mal gerne haben, wirklich. Ja. Wir sehen uns, Torrid Gamer. Braucht nicht abonnieren und auch nicht kommentieren. Geht einfach. Tschüss. Tschüss. Tschüss.